Dann willkommen zum Einbau des Exception-Handlings. Wir haben gesehen, dass wir unsere Null-Pointer-Exception hier bekommen haben bei unserem letzten Test, wenn wir eine ID hineingeben, die wir nicht finden. Die haben wir jetzt breit verstreut, diese Null-Pointer-Exceptions, über unsere Methoden hier. Es können also sowohl das Get-Mapping, also das Delete-Mapping, als auch das Boot-Mapping hier entsprechend Null-Pointer-Exceptions werfen und die können wir jetzt fangen. Spring Boot kennt dazu den Mechanismus Add-Exception-Handler, mit dem Sie eine Methode direkt hier annotieren können und der können Sie mitgeben, welche Exception Sie gerne behandeln möchten. Nämlich die Null-Pointer-Exception, da müssen Sie das Ganze jeweils als Class mitgeben und dann sagen Sie hier nennen wir es Handle NPE, damit die Methode konform aussieht. Sie dürfen natürlich gerne Handle Null-Pointer-Exception ausschreiben, wenn Sie möchten. Und es genügt hier schon, dem den passenden Response-Status zu setzen. Nämlich in unserem Fall ja not found. Wenn die ID nicht gefunden wurde, dann werfen wir diese Null-Pointer-Exception und wir müssen jetzt nur noch hier den Exception-Handler importieren. Das ist der eine Fall. Und der andere Fall, den wir noch nicht abgebildet haben, was ist, das haben wir in JAX-RS getan, wenn unsere ID gar nicht numerisch ist. Da haben wir damals dann die Integer-Konversion geprüft und haben dann ein Bad-Request geworfen, wenn das überhaupt nicht in ein Integer konvertierbar ist. Da kommt uns jetzt das Exception-Handling zu Passe. Und wir können nämlich einfach einen ähnlichen Exception-Handler bauen, der die Number-Format-Exception behandelt. Müssen wir natürlich hier ändern, dass das Number-Format ist. Und wir wollen natürlich dann nicht not found haben, sondern wie vorher auch ein Bad-Request. Jetzt hier mal Handle-Bad-ID. Und schon sind wir fertig. Auch das können wir jetzt laufen lassen. Gespeichert ist. Wir starten die wieder. als Java-Application. Und gehen in unser Postman. Feuern wieder unsere Tests ab. Drei Notizen anlegen. Alle drei abrufen. Einmal nichts hingeklickt, wie es aussieht. Alle drei abrufen. Dann die mit der zwei löschen. Oder erst mal auch nur abrufen. Sie ist da. Die mit der zwei löschen. Alle abrufen. Eins und drei sind da. Wenn wir jetzt die zwei abrufen, dann bekommen wir tatsächlich unser 404 Not Found. Das heißt, Spring Boot hat jetzt diese Null-Pointer-Exception über unseren Exception-Handler auf Not Found gemappt. Und so einfach können Sie das ergänzen. Wenn Sie für mehrere Controller arbeiten und nicht nur für einen, wie ich hier, dann wird das mühsam, weil diese Exception-Handler dann alle verstreut sind. Und dann sollten Sie eine Add-Controller-Advice-Annotierte-Klasse nehmen. Und die bekommt dann alle Exceptions und kann sich in ihren Exception-Handler-Methoden darum kümmern, dass sie die verarbeitet, auch von mehreren Controllern stringent und gleichermaßen. Damit haben wir den Programmierteil abgeschlossen und sind genauso weit wie bei Jaxx RS. Wir haben aber nur 80 Zeilen gebraucht und von den 80 sind, wie Sie hier sehen, auch noch 20 ungefähr Imports. Unser Code ist also um ungefähr 30% geschrumpft gegenüber der normalen Jaxx RS-Implementierung. Einer der Vorteile von Spring Boot. Ein weiterer ist, dass Sie zum Beispiel die Dokumentation mit Swagger oder jetzt Open UI, dass Sie die einfach generieren können.